Um in das Auto reinzukommen, müssen wir hier rechtsklick draufdrücken und jetzt läuft der Counter und die Ampel ist jetzt grün. Hey Leute, ich bin's Will und heute stelle ich euch mal wieder eine richtig coole Map vor hier in der Version Minecraft 1.9 und das ist wirklich mega krass Leute. Schaut euch das mal an hier in dieser Map bzw. auch in diesem Com, in dem man sich hier unten in der Videobeschreibung downloaden kann, befinden sich diese wunderschönen Autos. Mit denen können wir natürlich auch rumfahren, wir können gegen verschiedene Spieler auf der Map antreten, man hat verschiedene Rennstrecken und so weiter. Die Ampeln original halt wie eine Autorennstrecke und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal diese kleine Lobby hier an, wo wir spawnen. Man muss einfach nur den Ordner dann in den Saves Ordner packen und dann war's das auch schon, dann hat man diese schöne Lobby. Hier haben wir zum Beispiel eine Garage mit so einem blauen Auto, hier haben wir natürlich unser Nummernschild, mega cool. Hier so ein kleiner Spoiler und so weiter. Wir gehen hier mal rein, hier haben wir einfach so noch ein kleines Haus, hier können wir zum Beispiel herausschauen und das ist wirklich mega cool gemacht. Ich fahre natürlich auch mal gleich mit den Autos rum und das ist von dem lieben MC Mackie Stein, das würde mich mega freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Von dem habe ich auch schon weitere Comments und Maps vorgestellt und das finde ich einfach nur mega krass, was der drauf hat. Deswegen lasst auf jeden Fall unbedingt mal ein Abo da und da macht auf jeden Fall mega coole Comments und Maps und ja, hier haben wir zum Beispiel auch nochmal ein Auto, hier können wir runter uns das mal so ein bisschen von unten anschauen. Sieht man jetzt nicht viel, aber trotzdem wirklich cool gemacht, dass man so auf die Idee kommt. Hier ein Auto in der Reparatur, das grüne, okay, alles klar, mega coole Reifen. Hier zum Beispiel haben wir das gelbe und das rote Auto da vorne. Was haben wir denn hier? Da ist zum Beispiel, da dreht einfach, beziehungsweise da drehen sich die Räder von dem Auto. Das steht so auf dem Kopf, hier ist einfach eins in der Schräglage, cool. Und hier können wir uns natürlich das auch genauer mal innen anschauen, so das Lenkrad und alle weiteren Features da drin. Und die Tanke haben wir hier auch, das gelbe Auto tankt hier gerade, grünes ist ja auch noch am Tanken. Und hier haben wir dann auch die drei Maps, einmal so eine Wüstenrennstrecke, dann, beziehungsweise ja die drei Rennstrecken, dann ja so eine Rennstrecke, wie man auf dem Bild sehen kann und so eine. Alle drei sind eigentlich cool gebaut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dieser Rennstrecke hier an, dazu müssen wir einfach hier hin. Wie gesagt, auch mit mehreren spielbar und wir klicken dann einfach mal hier drauf. Auch so coole Effekte per Artikel und deswegen, okay, geht's jetzt los, get into your car. So, was haben wir hier, Reset Erased, das machen wir jetzt erstmal nicht, wenn wir zu, man kann es bis zu vier Leuten zocken. Wir sehen schon hier mega der coole Fahrstreifen zum Beispiel und wie gesagt, bis zu vier Leuten ist es möglich. Allerdings bin ich jetzt einfach mal hier alleine in der Singleplayer-Welt und spiele es mal. Um in das Auto reinzukommen, müssen wir hier Rechtsklick draufdrücken und ihr merkt doch schon, okay, jetzt läuft der Counter und die Ampel ist jetzt grün. Und wie fahren wir denn überhaupt? So, die Zeit läuft jetzt natürlich mit Speed, hier ist das Gaspedal und hier die Bremse. Und man hat hier auch mega coole Sounds wirklich mit Rechtsklick und dann einfach mit der Maus kann man das steuern. Und vor der Kurve werden wir mal, okay, nicht zu langsam. So, wieder Speed hier, ein bisschen schneller jetzt wieder. Und ja, es sind coole Maps, man kann wirklich cool mit dem Auto fahren, man muss halt wirklich aufpassen, dass man nirgendwo gegenfährt, sonst kostet das natürlich eine Zeit. Und die Sounds auch wirklich sind ein krass gemachtes Auto. Wir können mal in die andere Perspektive natürlich, dass es ein bisschen cooler aussieht. So, liebe Freunde, Rückwärtsgang gibt es leider nicht. Da müssen wir so nochmal umdrehen. Aber, oh shit, so, jetzt sind wir hier schon hängen geblieben. Es macht einfach wirklich mega viel Spaß, besonders auch zum Beispiel mit Kollegen auf dem Server zocken. Ich habe das auch sogar auf den Server gepackt, beziehungsweise der Eimrafi und ich, aber es ging leider nicht. Der Server hat dann komplett abgespackt irgendwie und ich habe da nicht gewusst, was irgendwie los war. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich mal hier auf, beziehungsweise in die nächste Rennstrecke. Und zwar sieht die so aus. Okay, wir gehen mal wieder schnell rein. Die Ampel haben wir hier. Okay, Motor an und let's go. Wir drücken schon mal Gas und direkt geht's hier los. Und wir schauen jetzt mal, wie schnell wir hier durchkommen. Am Ende hat man auch gerade die Zeit gesehen und da kann man natürlich auch gegen die Freunde... Oh shit, okay. Man muss natürlich nichts an der Tastatur machen, einfach nur Rechtsklick zum Gas geben. Rechtsklick auch zum Bremsen und mit der Maut steuern. Okay, also da kann man sich wirklich mit seinen Freunden messen zum Beispiel anhand auch von der Zeit, wer als erstes an Stil ankommt und so weiter. Und ihr könnt es natürlich eben gerne auch mal selber downloaden. Okay, die Kurve war jetzt nicht so schlecht. Okay, hier... Ah, gerade mal so rum. Das hat jetzt nicht so ganz gut geklappt. Hier wieder weiter und das ist echt eine kurvenreiche Strecke hier. Okay, okay, okay. Hier würde es so ein bisschen Gas geben. Nicht allzu viel, dann kommen wir auch gut um die Kurve. Und da vorne ist auch schon das Ziel. Mal schauen, wie schnell... What? Wie schnell wir hier waren. Nicht aufs Gras fahren und hier rauf. Jawohl, 50,55 Sekunden. Nice, nice. Dann müssen wir ein bisschen warten und schon befinden wir uns wieder hier in der Lobby. Okay, dann gehen wir nochmal zur letzten Map über, zu dieser Wüsten-Map. Okay, sieht auch ganz cool aus. Erstmal auf dem Bild. Und get into your car. Machen wir gleich mal steigen ein. Kommt gleich das coole Geräusch. Genau. Und wir drücken auch schon mal nicht so ganz auf das Gaspedal. Und wir wollen natürlich nicht runterfliegen, beziehungsweise kann man auch gar nicht. Also man kann hier nicht runterfliegen. Das wäre auch ein bisschen blöd, da man ansonsten einfach in der Wüste weiterfährt. Aber man bleibt hier dann einfach, wie man gerade sehen kann, hängen. Und das kann man sich, wie gesagt, mal selber downloaden. Mit dem Textureback ist automatisch dann schon drin. Und das ist auch eine coole Map hier. Aber man hängt hier echt. Man kann nicht einfach dann so direkt sich da an der Seite runterbacken oder so. Man muss da schon echt normal auf der Spur bleiben. Ihr könnt es selber mal ausprobieren. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, okay, das war viel zu schnell. Ja, das, äh, was macht er denn hier? Warum fahre ich so schlecht? Aber, Leute, die Steuerung, die ist schon echt, äh, ja, gewöhnungsbedürftig. Und weiter geht es jetzt hier erstmal. Oh, ja, das war jetzt gerade gut. So, dann machen wir hier gleich wieder weiter. Mal schauen, was wir dann hier für eine Zeit haben. Oh, Leute, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Oh, shit. Okay, und mal schauen, ob wir das dann auch nochmal irgendwann mit dem Server hinbekommen. Ich weiß es nicht, aber das war es jetzt erstmal gleich zu den drei Rennstrecken hier. Und kommen jetzt hier noch die Endgerade ins Ziel. Und 64,75 Sekunden haben wir diesmal gebraucht. Okay, ein bisschen länger als in der letzten Rennstrecke. Aber ich würde sagen, das war es so erstmal zu dieser Map hier, liebe Freunde. Und ihr könnt natürlich gerne bei diesem Macher hier vorbeischauen. Hier hat man auch zum Beispiel die YouTube-Channel, sein Twitter. Alles dazu ist in der Videobeschreibung, was ihr braucht. Und ja, wie gesagt, falls es euch interessiert, schaut bei dem Macher vorbei. Downloadt euch die Map. Ich wollte sie mal euch vorstellen. Und ich hoffe, dieses Video an sich hat euch gefallen. Ich finde es wirklich nur mega krass, was man hier so alles machen kann. Mit Texture Packs, wirklich mit Comments in Vanilla Minecraft. Und es sieht wirklich cool aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video oder im nächsten Livestream. Link dazu in der Videobeschreibung. Haut rein und ciao.